GIGALIFT Investment in Verteidigung und KP Und die Eifelbeere als Item Die Eifelbeere sorgt dafür, dass wenn man unter 50% der KP fällt, glaube ich war das Dann kriegt die nächste Attacke, die man benutzt, plus 1 Prio Und ja, man kann im schlimmsten Fall das Ding als Suicide Lead benutzen Einfach sofort auf die Tarnsteine gehen Der Gegner wird einen dann auf die Robustheit runterbringen Und dann kann man den mit Explosion killen Ansonsten in Steinkante, bis als Step und Erdbeben einfach als guter Coverage Move Kann ich sonst nicht viel zu sagen Dann haben wir Raupi, mein Kirapendra Frohe Temposchub, Investment in Angriff und Init Schutzschild, Stafette, Kreuzschirer und Schwertanz Für gewöhnlich würde ich vermutlich mit dem Fokus-Set spielen bei dem Set Und dann mit Schwertanz mich boosten Mit Stafette den Speedboost und den erhöhten Angriffset weitergeben Man kann es auch offensiv spielen ohne Schutzschild und Stafette Dann kann man da Erdbeben und Crosspoison zum Beispiel drauf tun Und dann einfach das Ding als offensiven Sweeper benutzen Aber ja, das ist das Set, das ich damals benutzt habe Dann haben wir Flauschmich, das Elfhuhn Physisch defensiv ausgelegt Würde ich mit den Überresten spielen vermutlich Für Hühner rücken wir in Zugabe und Mondgewalt Ist ein ziemliches Standard-Support-Set Mondgewalt ist da, damit man ein bisschen Schaden machen kann Zugabe und für Hühner können ziemlich viele Pokémon ziemlich abfucken Ich habe damals Ich habe es damals gerne gegen Mega-Mobile benutzt Als es noch nicht wirklich die Tiers gab zu Beginn von X und Y Denn man konnte es in Mega-Mobile rein switchen Die haben fast immer mit dem Schwertanz angefangen, wenn sie reingebracht wurden Dann einfach auf Zugabe den in den Schwertanz locken Und dann für Hühner einsetzen Entweder verhöhnt man das nächste Pokémon, das reinkommt Oder der Gegner denkt sich Ach, da kann man sowieso nichts anhaben Und dann zwingt man ihn dazu zu struggeln Weil dann ist er dazu gezwungen, eine Status-Attacke einzusetzen Kann es aber nicht, also kann er keinen Move benutzen Und rücken wir das einfach als Support-Move Dann haben wir Pikmin, mein Dressella Shoi, Tempomacher Spezialangriff und Speedinvestment Gigasaga, Blättertanz, Schlafpuder und Falterreigen Eigentlich würde man hier Hidden Power Rock drauf spielen Aber als ich es mir damals gezüchtet habe Habe ich da nicht dran gedacht Ich dachte, es hätte den größeren Move-Bull, als es tatsächlich hat Hat es aber nicht Und ja, ich würde Gigasaga eigentlich durch Hidden Power Rock ersetzen Denn dann kann man auch Flug-Pokémon und Feuer-Pokémon treffen Und das ist ziemlich, ziemlich wichtig eigentlich Aber man sieht, es hat sechs DVs Beim Züchten bekommen Dann haben wir hier Tickle-Me-Elmo Und Tickle-Me-Elmo Der Name kommt von einem sehr speziellen Video Flammblitz, Kraftkoloss, Kehrtwende und Steinhagel Hart und Ruhe Gewalt Ruhe Gewalt nimmt die Bonus-Effekte von Attacken Aber stärkt die dafür Das bedeutet, dass Steinhagel zum Beispiel stärker wird Und sowas zum Beispiel Feuerschlag Würde dann keine Chance haben zu verbrennen Aber mehr Damage machen Choice Garfa oder Choice Bender Vielleicht auch Leben-Orb Aber Scarf ist eigentlich das Standard-Set Und ja, Flammblitz, Kraftkoloss, Kehrtwende und Steinhagel Sind alles ziemlich selbsterkernende Attacken Dann haben wir Ech, mein Echner-Toll Benannt nach dem berühmten Jon-Tron-Geräusch Ja, Ehrlichtschutzschild, Spukball und Dunkelnebel Dunkelnebel entfernt Statusveränderung Es ist physisch defensiv ausgelegt Mit Ehrlichtschutzschild, Spukball und Dunkelnebel, wie gesagt Kann Setups, äh, Sweeper, ähm, stoppen Und, ja, ist ein nettes Pokémon Und das ich aber, glaube ich, noch nie richtig eingesetzt habe Kann aber sehr, sehr gut im Trick-Room funktionieren Dann haben wir als nächstes Nicht Suruak Sondern Manuel Neuer Der Spitzname ist einfach zu gut Das hätte ich damals nehmen müssen Als er mich gefragt hat, welcher Spitzname ich finde Passt am besten Mist Äh, ja, meins ist speziell offensiv ausgelegt Mit einem Scheunwesen Für gewöhnlichen im Leben-Op als Item Und dann Renkelschmied, Finstaura, Flammenwurfe und Fokusstoß Man kann es auch physisch spielen Oder mixt Aber ich mag speziell einfach am liebsten Renkelschmied zum Boosten Und der Rest zum Draufhauen Gehen wir weiter zu Chillabell Ich entschuldige mich übrigens, falls ich klinge Jetzt hätte ich eine verstopfte Nase Das sieht daran, dass ich eine verstopfte Nase habe Dank dem wunderschönen Wetter Was drei Milliarden Pollen in die Luft schießt Chillabell, das von mir auch nie einen Spitznamen bekommen hat Angriff und Speedinvestment Hartes Wesen Fähigkeit Werte Link Sorgt dafür, dass Attacken wie Kugelsaat, Kehrtschelle oder Felswurf immer treffen Deswegen spielen wir auch Also immer fünfmal Deswegen spielen wir auch Kugelsaat, Kehrtschelle und Felswurf Und Kehrtwender als letzte Attacke Als Item Die richtige Wahl wäre Leben-Op Die lustige Wahl wäre Kingstein Denn dann haben wir fünfmal eine 10%ige Chance oder so den Gegner zu flinschen Ist ein lustiges Set Aber Auch ein ganz gutes Pokémon Aber es ist nicht das stärkste Ich spüre es trotzdem ganz gerne Dann haben wir Zytomega Genesung, Säurepanzer, Psychoshock und Bizarro-Raum Mit Magieschild als Fähigkeit War tatsächlich eine Zeit lang Bizarro-Raum-User von mir Säurepanzer erhöht die Verteidigung Deswegen, man sieht die Verteidigung sich besonders hoch Ich bin eher ein bisschen speziell defensiv ausgelegt Und Genesung, Psychoshock und Bizarro-Raum Psychoshock ist unser Agnus-Move Bizarro-Raum ist einfach, damit wir schneller sind als der Gegner Und Genesung zusammen mit Magieschild sorgt dafür, dass man ziemlich viele Gegner ziemlich gut ausdollen kann Hätte ich noch einen fünften Move-Slot Würde ich darauf Toxin spielen Dann haben wir Scharlach-Roth Nein, Emolga Der Spitzname Ich hoffe, die Person An das dieser Spitzname angelehnt ist Freut sich darüber Choice Wesen Starthilfe als Fähigkeit Als Item war das noch das Glück, weil ich es noch trainiert habe Aber ich würde es mit Choice Specs spielen Und dann Voltwechsel, Donnerblitz, Luftschnitt und Ampelleuchte Es kann überraschend gut draufhauen Und es ist recht schnell Man kann es auch als supportendes Set spielen Mit Zugabe und Rückenwind zum Beispiel Aber fuck it Emolga soll einfach Gegner kaputt kloppen Ich mag Emolga Du bist toll, Emolga Dann haben wir Buzzer, mein Voltula Und ja, das kommt von dem Geräusch Der Name Scholl, Facettenauge ist kein besonders spezielles Set Donner, Käfergebrummen, Klebenetz und Energieball Für den Energieball könnte man glaube ich auch Gigasauger spielen Aber Ja, man könnte auch Voltwechsel drauf haben Aber das ist so ziemlich das Standardset Facettenauge buße die Genauigkeit Deswegen Donner statt Donnerblitz Ja, sonst Habe ich dazu nichts zu sagen Dann haben wir Tentantel Pfiffig, Eisenstachel, Beulenhelm Investment in Ich glaube tatsächlich in beide defensiven Werte und KP Und dann Tarnsteine, Blattgeißel, Eisenschädel und Donnerwelle Ist auch kein besonderes Set Das sind also Standardsachen Auf die will ich nicht unbedingt weiter reingehen Dann haben wir Cable Mal ein physisches Zapplerrang Geertwende, Feuerschlag, Abschlag und Eisenschweif Eisenschweif war als Counter gegen Feen-Pokémon drauf Aber auch hier könnte man Stromstoß könnte man darauf spielen Ich habe den Expertengurt drauf Weil es halt eine echt gute Coverage hat Man kann aber auch ein Leben-Op spielen Oder ein Choice-Item Aber der Expertengurt kann halt Choice-Items gut faken Also ist der Gegner, der denkt, man hat einen Choice-Bags zum Beispiel Ansonsten Catwende zum Momentum halten Und der Rest ist Coverage Dann haben wir Zapplerrang Zapplerrang Ebenfalls von Nico Robert Ich glaube ich hatte schon mal ein Pokémon von ihr hier zwischen Oder von ihm Das ist mein spezielles Zapplerrang Mit Wollwechsel, Gigasauger, Flammenwurf und Ampelleuchte Hier könnte man auch Flash Cannon drauf spielen Als Counter gegen Feen- oder Gesteins-Pokémon Wobei wir da auch Gigasauger haben Aber speziell gegen Feen-Pokémon wäre hier die Flash Cannon ganz nützlich Ansonsten ist es mäßig mit einem Leben-Op in diesem Fall Man kann auch auf Zapplerrang allgemein gut die Assault West spielen Aber Das hat in die Teams nicht reingepasst Dann haben wir Savior Und Savior ist so ein So ein kleiner Inside-Joke bei mir und ein paar Leuten Ich weiß nicht, ob ihr jemals gehört habt Wie Megalon auf Englisch heißt Im Anime Also was für eine Stimme es hat Aber wir haben uns da so drüber amüsiert Dass wir kurzerhand die Religion des Bihiem gegründet haben Und ja Es war halt unser Lord and Savior Ruhiges Wesen Ich glaube das gibt uns Spezialangriff Und reduziert unseren Speed Dazu Analyse Analyse macht Attacken stärker Wenn man als letztes drankommt Ziemlich wenn man nach dem Gegner drankommt Das gilt auch wenn der Gegner switcht Und wir haben Psychokinese Genesung, Donnerblitz und Spukball Leben-Op könnte man als Item nehmen Ich würde aber schon fast eher dazu tendieren inzwischen Wenn ich es mal wieder benutzen würde Dem Ding eine Assault West zu geben Oder Überreste Und dann Genesung durch entweder Noch eine Attacke Oder durch Schutzschild zu ersetzen Denn Es ist Es ist schon ein bisschen sehr leicht umzuhauen Und Genesung kommt selten durch Aber Es ist ein sehr unterschätztes Pokémon Das ich sehr sehr gerne mag Dann haben wir Black Lantern Ebenfalls benannt nach Green Lantern Comics, wenn man so will Es ist ein typisches Gelabra Hitzekoller Trickbetrug Spukball Energieball Mit einem Wahlschall Scheu Feuerfänger als Fähigkeit Auch hier kann man Schwebe durch Als Fähigkeit nehmen Schwebe durch Sorgt dafür Wie gesagt Dass man hinter Subs angreifen kann Das heißt der Gegner Kann sich nicht hinter Subs verstecken Was speziell gegen Sub Gengar Ziemlich cool ist Denn dann kann man einfach sagen Nö Fick dich Mit dem Wahlschall bin ich schneller als du Und mit dem Spukball One-Shot ich dich Aber Feuerfänger Ist eine Attacke Die mir einfach lieber Gefällt Lieber gefällt Kann man das sagen Mehr gefällt Da man damit einfach In Feuermus rein Switchen kann Dann haben wir Floppy Disk Mein Flunschlik Eines meiner Flunschliks Die anderen werde ich euch Nicht präsentieren Da warte ich noch Auf eine Andere Gelegenheit Auch hier wieder Die Trainiert Im Spezialangriff Und in den KP Mit Matschbombe Surfer Donner Und Erdkräfte Donner würde ich Durch Donnerblitz ersetzen Aber ich hab's mal Gegen ein Regenteam benutzt Deswegen hab ich da Donner Donner drinne Man kann's auch Statt mit Donnerblitz Mit Schockwelle Und statt mit Siedewasser spielen Wenn man die Chance Auf Statusveränderungen Haben will Ansonsten spielt man's einfach Mit einer Assault Vest Und Flunschlik kann Ziemlich gut reinhauen Man hat's in meinem Kampf Gesehen gegen Octopowel glaube ich Mit seinem Mega Altaria Zum Beispiel Da hat er's Ziemlich gute Arbeit gemacht Und ansonsten Ich hab damit mal Ein spezielles Lucario Und einen Mega Gänger Rausgenommen Also Flunschlik kann gut was machen Und dann haben wir Say No to EQ Und Bam Bam Meine beiden Gefeldisse Ich glaub die haben sogar Die selben Moves Nur Das eine ist physisch Das andere speziell defensiv Das ist alles Schmarotzer Gegen physische Angreifer Ruheort zum Heilen Auflockern gegen Stealth Rocks und Spikes Oder Toxic Spikes Und Toxin Um den Gegner zu vergiften Item Boylenhelm Überreste Was auch immer man möchte Dann haben wir Jarrett Benannt nach Pro Jarrett Dem YouTuber Der Wie heißt's Der hat damals Video hochgeladen Zu SimAnd Und da hab ich mir gedacht Komm Wir nennen sie es nach dem Übereifer als Fähigkeit Erhöht den Schaden von Attacken Aber senkt die Genauigkeit Und dann Eisenschere Kreuzschere Steinkante Und Klauenwetzer Klauenwetzer erhöht die Attacke Genauigkeit Und Ich glaub das war's Vielleicht noch die kritische Trefferchance Ich bin mir gerade nicht sicher Aber auf jeden Fall erhöht's die Genauigkeit Und das ist das Wichtigste Denn wenn man dann noch Steinkante spielt Trifft man selten mit seinen Attacken Und Klauenwetzer Bieg das dann wieder zurecht Es hat einen relativ hohen Angriff Verteidigungs- und Speedwert Tatsächlich Das wissen viele nicht Aber ja Famicula Gutes Pokémon Wird leider sehr unterschätzt Und kann den Gegner echt zusetzen Dann haben wir Puppetier Das hab ich so genannt Weil's so Puppenhänder hat Finde ich Ich weiß es ist eine Hydra Aber es sieht aus Es ist jetzt Handpuppen Deswegen der Puppetier Scheueswesen Als Fähigkeit Natürlich Schwebe Denn es hat keine andere Und dann einfach Flammenwurf Als Coverage-Move Finster Aura Als Step-Move Genauso wie Draco Meteor Und Lichtkanone gegen Feen Denn Trichephalo mag keine Feen-Pokémon Ja Voll auf Spezialangriffe Und Ende trainiert Und ja Das war's Kann man Das ist mir bei den Stift runtergefallen Da kann man nicht viel zu sagen Äh Mut Das gehört mir nicht mal Das wollte ich mir mal geliehen Von live Wie man sehen kann Aber er hat es bis heute nicht zurückbekommen Er fragt aber auch nicht danach Zur Entverteidigung Dann haben wir Goaty Äh Goaty ist eigentlich ein So ein Bart So ein Ziegenbart Aber es sieht aus wie eine Ziege Deswegen hab ich es so genannt Scheu Mit Redlichkeit Katastfähigkeit Trainiert in Spezialangriff Und Initiative Würde ich es am ehesten Mit einem Leben-Org spielen Als Attacken haben wir Gedankengut Fokusstoß Tarnsteine Und Lichtkanone Man kann es auch Physisch offensiv spielen Dann muss man sich nicht Auf Fokusstoß verlassen Tarnsteine waren da Weil ich sonst nicht Als Tarnsteinleger In meinem Team hatte Ansonsten hat es Geheim Geheimkraft heißt es nicht Ansonsten hat es Hidden Power Geist Um Pokemon Wie Irachi Oder auch Das Ding Victini Oder auch Victini zu treffen Da es sonst Bidens Da diese beiden Den Steps Resisten Warum ich so rede Weiß ich nicht Ähm Ja Auf jeden Fall Kann man sich mit Gedanken gut boosten Und dann mit Fokusstoß Und Lichtkanone draufhauen Gegenwennfalls auch Mit Hidden Power Ghost Oder die Tarnsteine Rauslegen Dann haben wir Crossbow Weil Der Kopf sieht aus wie ein Crossbow halt Deswegen Viridium Voll auf Speed Und Angriff So ich würde hier übrigens Den Leben-Org drauf spielen Oder die Prunen Obwohl die Punus-Bere Lohnsicht nicht mal wirklich Crossbow Entweder mit dem Fokusgurt Oder der Prunus-Bere Fokusgurt wegen der Vierfachschwäche gegen Flug Und dann Laubklinge, Steinkante, Nahkampf Und Schwertanz Ziemlich selbsterklärendes Set Gute Coverage Guter Damage Ja Hab ich sonst nichts zu sagen Außer dass ich es sehr sehr gerne spiele Und dann als letztes Boreos Mit Strauchler, Kehrtwende, Regentanz und Orkan Mit dem Nassbrocken Einem naiven Wesen Damit es mit Kehrtwende, Orkan und Strauchler Schaden machen kann Streuch als Fähigkeit Garantiert natürlich Dass wir einen Regentanz rausbekommen Ja Es soll in erster Linie Regentanz rauslegen Und das war es eigentlich Traurigerweise Ist das so ziemlich das einzige Für das man Boreos nutzt Man kann es auch speziell offensiv spielen Mit Psychokinese Und so ein paar anderen Attacken Aber das ist so das Standard Set Und Dann glaube ich Nicht mal in der Tiergeistform Weil die ist glaube ich Noch ein Tier weiter oben Gut dann würde ich aber sagen Das war es mit meinen Gen 5 Pokémon Falls ihr einen guten Spitznamen Für Mein Boreos habt Dürft ihr gerne Bescheid sagen Ich nehme da gerne Vorschläge an Und dann würde ich sagen Wenn euch das Video gefallen hat Dann könnt ihr abonnieren Kommentieren Und gut bewerten Und wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin und Tschö tschö Bis dahin und 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 bis dahin bis dah